Wird alles predicted, ne? Also das macht keinen Sinn. Ähm, das Ding ist, das Matchup ist absolut scheiß für dich. Warum sagst du mir das erst danach? Weil du... Warum machst du das? Weil du schon vorher aufgibst, sonst. Ich muss... Wie viel Matchup hat er? Wenn mit meinem... Mach mal aus so einem Bro, du hast nichts gegen Widerreiter und du hast nichts gegen Hexen, wo der f*** dich komplett, wenn du dir auf 100% besser verspürst. What the fuck? Ich streng mich so an, jetzt hab ich all meine Gehirnenergie verloren. In dem Match. Ach, die ist nachhaltig. Die ist erneuerbar. Nein, ich hab nur vier Gehirnenergie pro Stream. Das Match hat mir alles gekostet. Bigspin hat recht, ja, aber ich hab auch recht. Wenn ich weiß, dass der Gegner Matchup, Hard Matchup, er kontert mich, dann denke ich mir, ja, scheiß drauf, dann nimm das Spiel. Aber dann verdiene ich wenigstens keine Gehirnenergie.